Hi, das bin ich, Walter. Gerade auf dem Weg von Mendoza nach San Juan in Argentinien. Gerade fühle ich mich wie ausgekotzt, irgendwie völlig durch. Seit 48 Stunden bin ich unterwegs und sitze jetzt in diesem Bus. Wann ist die Landschaft flache, böde. Kein einziger Baum. Ab und zu ein toter Hund. Was habe ich hier verloren? Ich mag keine Verabschiedung und ich glaube auch nicht an Verabschiedung. Denn man trägt seine Freunde immer mit sich herum. Man muss sich nur an sie erinnern. Und da ist ganz einfach so, dass ich ein Hüter noch nicht hin kann. în Kostig ein Hüter anrundungsmögliche, aber ich kann, dass ich hier nicht hinbekommen bin. Ich kannảigültige die Hüter noch nicht hinbekommen. Ich kann mich nicht hinbekommen. Ich kann mich nicht hinbekommen. Aber ich verabschiede mich nicht zum糟atzen, die schäuert sind. Ich kann mich nicht zum졌� niemals die Hüter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020